So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde Chipmunk LOL, beziehungsweise bei Satan vielleicht auch nicht Chipmunk und bei Benno vielleicht auch nicht. Ja, mit dabei, wie schon angesprochen, der Satan, der Mountain, der Kimimoto, Passiv auch ein bisschen der Splatterman und Käpt'n Pascal. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Du warst Gitarre, ich weiß nicht, wie es sich anhört. Spiel Gitarre. Tu es. Ja, oder? Erstmal ein Intro. Schönes Intro jetzt. Na, unser Video eintroten jetzt. Wie man heute Chili Peppers spielt. Normal. Easy. Nice. Abgerippt. Jetzt muss noch der Blues kommen. Hört sich bestimmt geil an. Magst du mitsingen? Ja. Easy. Schwörebrüß. 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 Super Ficke. Super Ficke. Das ist der Link im letzten Blues. Du bist abwärts. Oh, ich komme. Spiel weiter. Das ist der Link im letzten Blues. Das ist der Link im letzten Blues. Ich bin ja nicht so schnell. Da liegt eine Falle. Falle. Alter, liegen es schon zwei. Wanna see the fireworks? Ist übrigens hier a Challenger Chipmunk. Ist ja klar. Heute gewinnen wir. Ich sehe hier, ey. Danke. Jan. Mach mal. Ja, wir machen voll rein. Mal drauf. Das ist klar. Immer drauf hier. Richtig schön. Guck mal, Leona kätet nämlich. 3-0. Mal drauf hier. Ich hatte dir eine private Nachricht auf YouTube geschrieben. Du hast mir nicht drauf geantwortet. D-Abo. Oh. Ja. Easy. Was war nochmal der E? Ach ja. So oft spielt das Lissandra. Ja, habe ich mir gerade gekauft. Die Caitlin hat schon kein Leben mehr. Ich meine, die hat eh kein Leben. Ihr wisst, was ich meine. Zack. Ich ruhe nein. Bisschen aufpassen, die sind jetzt Level 2. Oha. Oha. End of Blood kennt keine Angst. Dies ist nur eine Schlacht. Dies ist nur eine Schlacht. Sack, Lissandra. Oh, Falle. Gank. Gank. Oh. So erfolgreich. Das war passend. Ohoho. Irgendwie hat man mit der Fall keine Mana-Probleme. Ist das eigentlich normal? Äh, das kostet ja keine Mana. Also nach einer gewissen Zeit ist es ja so, dass deine Fähigkeiten einfach nichts kosten. Okay. Die erste. Yeah. Bye-bye. Tschüss. Abgeriebt. Aufsit. Äh. Knapp sie dir, Max. Ah, fällt mir gar nicht. Klapp zum River. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Lauf zum River. Ich bin fast da. Das war ziemlich easy auf der Botlane. Also. Warte mal, dass jetzt kein Jungler kommt. Nee, der ist Toplane. Mach' dann easy. Durch. Oh, ihr Kinder. Der war echt gamed. So. Wards kaufe ich übrigens nicht. Dann das. Ich werde es jetzt dann kaufen für dich. Ja, das wäre nett. Komm. Stößchen. Ich weiß, wie sich das anhört, ey. So. Ja, denkst du wär schneller, aber falsch gedacht. Hier benutzen. So, Toplane läuft Mountain, ne? Ema. Ema. Das war eigentlich das komische N vor deinem Namen. Also nicht. Wie froh scheiße, das sieht scheiße aus. Ja. Mountain. Mountain. Oh Gott. Halt einer, nicht zwei. Er hat nur ein Bruder. Der heißt Hill. Sein kleiner Bruder. Wollte ich eigentlich schon immer fragen. Ist Mountain, kommt das von Game of Thrones? Nee, das kommt von meinem Nachnamen. Das Berg. Ich hieß früher The Mountain. Und deswegen. Ganz relativ übersetzt. Alter, echt crazy. Oh, ich bin in einer Falle. Was mache ich denn jetzt? Na klar. Ich kann einfach nichts tun. Komm, wir gehen mal rein. Geht er hemmen hier. Geht er hemmen. Nein. Ja, das ist gar kein Problem. Alter, fasst doch. Oh, da hat sie geflasht, ey. Challenger Gameplay auf der Botlane hier. Weißt du, immer wenn ich mit Peric aufnehme, verlieren wir immer. Aha. Also ich sehe da einen konstanten Faktor. Das verlieren? Verrack. Peric, easy. Komm jetzt rein, rein. Thanks. Ich tank easy. Komm, den gegen kriege ich. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Alles hier predicted. Jetzt die Snipes. Oh, die Snipes. Easy. Was? Oh, wenn die jetzt ein Wort drin hat, habe ich ein Problem. Ich habe ein Wortlein. Hier, komm mal her. Hat sie aber nicht. Predicted. Schenken, Wortlein, suchen Sehera. Er ist weg. Er ist da. Bist du allein allein? Er ist weg. Weg. Komm, war schön allein zu sein. Jetzt ist er weg. Weg. Oh. 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 Ach, mein Gott, weg. Putsch. Dann sagt er Putsch. I'm coming. Wird easy. Lass mich. Nicht zurücklassen. Nicht zurücklassen. Komm noch, du hässlicher Hund. Oh, die meint Drachen. Benno. Wir werden Sieger sein. Du hast es drauf. Wir gehen durch die Kunden. Oh, jetzt. Ich hab's rein. Ich hab's drauf. Das ist auch nicht schlimm. Wir werden Sieger sein. Ich hab's drauf. Ich hab gebated. Oh. Damage. Okay. Ach ja. Das ist doch schön. Ich mach wieder mit Profis hier. Das war's. Oh, wer war'n da? Wer war'n da grad? Fera, Fera, Fera Op. Miss? Mr. Op. Serat ist nicht mehr da. Oh, da können wir gleich schön Diven, hab ich gehört. Oh, Max, ich hab das schon vorbereitet. Oh, nein. Dei mal's. Der hat wieder geflasht. Nein! Nein! Oh Gott! Der hat den Q geflasht. Oh! Abgerippt! Von Mountain! Mountain! Der Berg! Das Berg ist die Sonne! Oh, schöner Q! Seht ihr nebenbei? Das war eine ähnliche Performance. Ja, echt nice. Das sind die Challenger-Mechanik. Verstehst du doch nicht mal. Ich eile. Oh! Ketten! Mein Ketten! Oh, Ketten! Oh, Ketten! Nimm nicht mein Ketten! Der ist nicht mit. Eine Ult ist noch dafür, ne? Ja, was kannst du eigentlich? Ey, die hat 40 Sekunden cool darin. Schwöre? Warum gehst du auch nicht? Komm ran, Leona, jetzt ende hier mit Kettenessenessenessen. Du bist da! Geil, gib ihm! Warte, ich putz ihn gleich. Achtung, Achtung! Schön in die Falle, ihr Affen, Alter! Geht weg! Ah! In die Falle mit dem E! So hab ich's gern! Geht doch weg, ey! Schmürebröt! Egal, wir werden Sieger sein! Wir brauchen die Gitarre einfach wieder! Ja, Mann! Tut mir leid, dass ich nebenbei Lois spielen muss! Nee, das ist keine Entschuldigung! Hör auf mit sowas, bitte! Ich spiel einfach immer, wenn ich roam gehe! Das ist nur Roam Blues! Der Roam Blues! Das war lustig! Oh, Satan, ey! Free Damage gefangen, Noob! Lärme Challenger! Schwörebröt! Komm jetzt rein! Ich bin Toplane, ey! Gib hier! Ich auch! Miss! 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 Alter, bleib hier! Du jetzt! Alter, ist das dein scheiß Ernst! Auf Weg zu Caitlyn! Während Midlane der Käpt'n wieder feedet! Vielleicht da? Moment! Oh, ja! Oh mein Gott! Alter, ey! Sei professionell hier! Schmörebröt! Mörebröt! 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 Wer das nicht kann, der ist nicht blöd! Alles weiß! Alles weiß! War halt alles abgesprochen! Wir machen halt den Unterschied! Sag ich mal! Sehr Gott und Nase sind keine Ultimär! Na, prediktet! Ja, okay! Da hol ich den Tau fürs Team! Mach ich gern! Was ist da selbst los? Hä, der Maun muss wieder ein bisschen gecarried werden! Ja! Ich seh da schon! Ich hab's nicht drauf! Nee, hast du auch nicht! Ja! Ja, red's dir ein! Splatterman am Star Pippe! Du spielst gar nicht mit! Sei ruhig! Ja, ich spiel ein anderes Spiel! Ich spiel grad Rank! Wie das so? Das ist auch loll! 9-2 Mann, 9-2! Nice! Als Jungler! Von hinten! Und mein Team ist gut! Steht 24-9! Ist das die Winning-Streak? Nein! Ich hab gehört, dass Satan hat grad ne Losing-Streak ziemlich hart! Ich hab grad ne harte Losing-Streak eigentlich! Eine schöne Winning-Streak! Nee, du! Wurde von Cyanide beendet! Echt? Nachdem er zweimal verloren hat! Ah, das war was! Ich kann ihn alleine töten! Dann krieg ich ja kein Assist! Ich gank den Wladimir! Daneben, Leona! Ich muss kurz spielen! Ah, ich krieg den Assist! Äh... Ja, ich krieg den Assist! Sentimo, bist du! Machst du schon, Max! Okay! Lass die Diven! Kein Ultima! Ich bin jetzt per the useless! Es ist kein Dive! Kein Tower! Ich werde Sieger sein! Ich hab es drauf! Yes! Kimimoto durchdick und dünn! Aber er durchdick! Er gibt niemals auf! Kimimoto, hör auf! Oh, ein Blue-Buff! Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli-Dabeli Blue-Buff! Spinnen! Geil! Oh! Ah! Ah! Oh Gott! Alter, die das müsst ihr euch reinziehen, leute! Müsst ihr machen. Abonnieren! Schön! Ja, aber ich hab sie fast beide geholt! Er hat sie fast beide geholt. Ich hab sie geholt! So geht's auf wen? Mit dem Rad, Kamerad! Mit dem Rad, Kamerad! Fickel! 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 Kann doch! Kann doch! So, Tower hab ich fertig gepusht! Äh... Ups! Wird ein Sieger sein! Oh, komm! Komm, ran jetzt! Abgeriebt! Schwörst du? Guck mal, ich bin Katy Perry! Zelten Ränder! Maler! 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 Abgeholt! Oh nein! Oh, da ist ein Xerath! Wo bist du Xerath? Komm raus! Hallo! Komm! Zelten! Ich hab ihn! Bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Weit hinter dir! Oh! Jetzt müssen wir uns langsam machen! Was machst du denn? Hallo! Äh... Ah, ich wünschte! Ich wünschte, dass es nicht locken wird! Oh Gott, Alter, Junge! Diese Challenger weg! Ah, Mann, du bist so ein Noob, ey! Dies ist nur eine Schlacht! Dies ist nur eine Schlacht! Was ist das für eine Aussage, Alter? Fickel ist schon längst verloren, meinst du? Ja! Ich sag dir Lisandra immer! Ist nur eine Schlacht, Leute! Ich hab jetzt nur geschlappt! Beruhigt euch! Ruhig bleiben! So, was kauf ich denn jetzt? Komm, ich spare noch ein bisschen! Oh, geil! Topman! Drei Freakits! Drei Men Goal! Mountain Sprachfehler! Nein! Schönes Ding, schön! Auf die Dauge! Was? Auf die Dauge? Auf die Dauge! Wegen Nasus! Du darfst nochmal springen! Ja, easy! Komm, meiner! Wenn du den hast, will ich ja... Okay! Ja, ich helf dir, Patrick! Alles easy! Mach mal! So, ich hab mein erstes Item! Jetzt ist es vorbei! Oh Gott, Leona! Hast du Sun for Divine? Ja! Jetzt ist One! Jetzt brauchst du noch... Dann ist One! Du hast es drauf, dass Satan outplayed in Grey! Ich hab kein Damage bekommen! Doch! Ja, der letzte Hit! Ja, ja, ja! So bad! Immer beschönigen Challenger! Weißt du gar nicht, dass es geht? Dass man den so easy machen kann! Klar! For the right to attack speed! Held it! Nächstes Mal fragst du mich vorher! Lass dich! Hab kein Slash! So, wir gehen jetzt einfach unten durch! Wir gehen jetzt durch! Ja, ich helf dir nicht! Hast du verdient den Tod! Nein, ständig der! Wenn du jetzt mal meine Bestellfeeder bist, dann ist es vorbei! Alles klar! Gut! Weiß ich Bescheid, ne? Ja! Das gibt erstmal ein V-Port! Hallo Leute! Team! 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 Hört auf zu pushen und death! Mach dein Lipp das Wurf! Mount, ne? Mach dich mal nützlich in der Mitte! Die ist losgesprächend! Was ist da los? Ich muss den töten! Was ist los, Catelyn? Da wirst du einfach gar nichts! Noch nicht! Hier habe ich etwa Legs? Oh! Da kommt ne Dogge! Ich halte sie auf! Ich halte die Dogge auf! Ich halte die Dogge auf! Ich glaube, wie ich ein Feitschblaze! Hehehehe! Oh, ich hau ab, ne? Mach's gut! Ah! Huiii! Wo ist mein Schirm? Ringen! Was machst du denn? Im Sprung! Oh Gott! Das war maximal gut! Irgendwie ist die Catelyn nicht gestorben und ich hatte kein Jump Ready! Weil es hat ewig gedacht, dass es stirbt! Ja, das war echt gut! Nochmal anders überlegt! Ach, mir fehlt ein Item! Hm, soll ich was noch Metais holen? Ja! Auf jeden Fall! Zeit wird vergehen, doch ich bleibe! Auch ein toller Spruch! Kannst du auf nen Grabstein schreiben! Hehehehe! YOLO! Ja, denkste! Oh, oh! Schade! Denk auf du! Denk auf du! Mauen halt durch! Ich bin gleich da! Ne! Der Flash! Kann nicht sein! Kann nicht sein! Es war leck! Komm ran, Catelyn! Ganz klar! Oh Catelyn! Oh oh! Vladimir! Ich hol dich jetzt trotzdem! Okay, wir haben ein Problem! Dunkel! Nein! Nein! Oh! Relativ easy! Fade! Hallo Catelyn! Schön, dass du da warst! Kacka-ling! 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 Wie gut ist der Vladimir? Von 1 bis 10? 3! 4,5! Easy! Easy! Ja, noch was? Neck! Der Abstauber! Challenger im Abstauben! So! Mautotech rausbekommen! Jetzt finde ich ein Assist! Falls den kill macht! Oh! Nein! Ich bin total blöde! Da 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 da! Da da da! Da da da! Da da da! Da 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 da! Rammus! Lauf! Ey, roll! Schön! Oh nein! Oh nein! Jetzt aber schnell! Oh! Ich glaube ich... Gehe ich nochmal rein? Komm ich geh nochmal rein! Komm jetzt! Kurzei! Aber kein... Kurzei! Kurzei! Easy! Ich krieg ich! Roll! Roll! You see me rolling! Rollin! Rollin! Easy! Ich fand hier aber gut platziert! Alles geplant! Alles geplant! Old Satan! Old Satan! Sag mal maun! Wann gehst du mal wieder ins Gym pumpen? Wann gehst du mal wieder ins Gym pumpen? Digga! Digga! Achja! Oh! Oh! Ich seh grad die Leona heißt Kotfontäne! Ist auch schön! Hahaha! Boah! Der haut sich weg! So! Ich geh rein! Jo! Ich komm mit! Easy Support! Von Kotfontäne! Hiha! Oh! Meiner! Ha! Ist alles relativ einfach hier! Die sind richtig gut die Jungs! Lauf schneller! Lauf schneller! Lass ihn sterben! Nee! Cool! Oh! Das war gut! Immer noch Meiner! Immer noch Meiner! Ja! Ja! Dieser Outplay! CGI mal ohne Parry! Hahaha! Zack! Easy! Ei! Ich geh mal! Ist hier sicher? Äh... Ich hab ihn! Meiner! Yeah! DFG-Stil! Das hat aber ein Begriff! Oh! Ha! Egal! Der will! Oh! Er lädt die Kugel auf! Nix macht er! Nix! Er kann ja nicht! Jo! Alles klar! Caitlin! Erstmal wieder wegehen! Und dann wieder angelaufen kommen! Ja! Das nennt man äh... Mind Game! Ich bin aber weg! Gleich explodiert Caitlin! Gleich explodiert sie! Schwierst du? Äh... Ich hab keinen Mahler für Ulti! Sorry Edelmountain! Gut, dass der Berg da war! Der Berg? Gott! Der Herr Berg, der das Kaninchen in dieser Wasserwerbung rettet? Ich würd echt... Ja! Ich würd echt gern mal den Hügel sehen! Du hast mir erzählt, er ist größer, oder? Älter! 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 Aber nicht größer! Okay! So, ich hab gehört, wir holen... Mountain! Mountain! Ich glaub, der Gegner ist hier! Wo denn? Keine Ahnung, eben war noch hier, ich schwör dir das! Komm raus! Wo immer du bist! Oh! Da können wir rein, denk ich! Komm, wir arbeiten! Äh... Äh... Er hat meine Ulti geträumt, blöd! Das ist so einfach! Hilfe! Äh... 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 Puh! Outplayed! Fuck! Fuck! Ah, ich bleib da! Komm rein! Das ist Rainer! Nein! Alles raus! Ja! Wir machen eine weitere Runde! Heute mal mit Challengern! Einmal nicht mit Peric! Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal! Haut rein! Schwul! Was? Schwul? Ich verbitte mir das!